Hallöchen ihr Lieben! Hallo! Wir haben uns heute morgen unseren Mietwagen geschnappt und sind in den Jacques-Cartier Nationalpark gefahren. Der ist circa 30 Minuten von Quebec entfernt. Und es ist eine wundervolle Natur hier. Oh ja! Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. So ihr Lieben, wir sind gerade mal fünf Tage in Kanada, aber wir haben uns schon so megamäßig in dieses tolle, wundervolle Land hier verliebt. Ist aber auch kein Wunder, weil dieser geilen Natur hier, überall wo man ist, ist es einfach schön. Kommt nach Kanada. Vielen Dank.